Was man in Spanien allerdings lassen muss, ist natürlich ihr sonniges Gemüt. Das heißt, da wird wahrscheinlich nie so eine miese Stimmung sein wie hierzulande. Und leider wird sich da jetzt hier wohl auch nichts daran ändern, nur weil wir zum ersten Mal eine Frau als Kanzler haben. Und ich musste so lachen, als ich noch ein paar Wochen die Schlagzeile gelesen habe. Angela Merkel Kanzlerin, Deutschland am Scheideweg. Muss man das jetzt so formulieren, nur weil eine Frau mal an der Macht ist? Vor allen Dingen, wie haben die das bei CNN formuliert? Germany facing the vagina path. Oder falls die coolen Hip-Hopper an der West Coast davon Witt bekommen haben sollten? Yo, brother, Germany is on the motherfucking pussy track. Na, egal wie wir es auch ausdrücken, jedenfalls haben wir jetzt erstmal den Salat. Und das Einzige, was ja noch schlimmer ist, ist, dass wir Deutschen ja langsam aber sicher aussterben. Ja, ich zähle ja auch nur zur Hälfte.